So, herzlich willkommen Leute, es ist soweit, ein Balance-Update August ist einfach wie Kai aus der Kiste gehopst und Small Giants dachte sich, hm, komisch, beim Challenge-Festival, da beschwören sie nicht mehr so richtig und bei Valhalla, trotz Kostüme auch nicht. Liegt das vielleicht daran, dass die Kostüme gar nicht viel besser sind? Hm, keine Ahnung. Lass sie uns doch einfach verbessern und wir schauen mal, ob es dann was wird. Und was sie genau gemacht haben im Balance-Update und wie ich das so finde, das gucken wir uns jetzt an. Los geht's! Joa, das große Balance-Update von der Auguste, ja, was soll ich sagen? Ähm, es kam wie nichts, ja, einfach so, ich muss immer zwischendurch, warte mal, kann ich das auch hier machen? Geht das hier auch? Oh, das ist aber homo, das geht nicht. So, ja. Also, ähm, es kam aus dem Nichts, muss man sagen, ja, hat keiner mit gerechnet. Ähm, jetzt ist es aber so, Balance-Update ist da. Ja, wurde angetriggert, also sprich, dass es kommt und sofort nächsten Tag noch vor dem Krieg umgesetzt. Eine Stunde vor dem Kriegsstart, finde ich persönlich völlig scheiße. Aber gut, jetzt ist es so, haben wir alle mit zu tun, von daher passt das. So, ich gucke mal, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Fangen wir mal an mit dem, was da so passiert ist. So, fangen wir mal an mit dem, was sie verschlechtert haben, ja. Sie haben Sachen verschlechtert und sie haben Sachen verbessert. So, ihnen ist also aufgefallen, nicht nur bei der letzten Runde, ja, wo sie schon überlegt hatten, so ein großes Monster-Balance-Update zu machen. Ihnen ist aufgefallen, dass Jove zu stark ist. Guck, tatsächlich ist ihnen das aufgefallen. Top-Leute, Top-Leute, weil sie ihnen ist aufgefallen, dass Jove zu stark ist und sie haben den direkten Schaden von 530 auf 450% reduziert. So, der Effekt der Heilungsreduzierung wurde von 65% runtergedrückt auf 50, über drei Runden. Also, wir halten mal fest. Das trifft Jove, ja, aber, meine Meinung, ja, ich glaube, dass es immer noch einen Bomben hält und ich glaube, wenn du nicht aufpasst, schreddert er deine Defensive trotzdem komplett weg, ne. Also, ja, sie haben ihn abgeschwächt. Ich würde behaupten, richtig so, ja. Ich finde, und alle, die den haben, werden mich vielleicht hassen, ja. Ich finde, ein Held, der deine komplette Defensive mit einmal auslöscht, nicht korrekt, ja. Der ist einfach zu stark. Das ist meine Meinung. Die muss man auch nicht teilen. Ich glaube aber, dass es dem Spiel nicht gut getan hat, dass dieser Held da ist. Von daher bin ich zufrieden, dass er ein bisschen abgeschwächt wurde. Ich glaube, dass die Schwächung ihn jetzt nicht wesentlich schlechter gestaltet. Ich glaube, dass es immer noch ein sehr geiler Held ist, der immer noch deine Defensive komplett auseinanderschrauben kann. Von daher, finde ich, hält sich das in Grenzen. So, dann ist ihm aufgefallen, dass dieses Ätherverspotten doch ganz schön haarig sein kann, ja. Und, dass natürlich viele sich darauf eingestellt haben und dementsprechend in der Flanke zum Beispiel oder auch als Tank oder so in Ludwig gestellt haben oder sowas, um das alles ein bisschen, ja, einfach auf denen zu fokussieren und du kaum eine Chance hast, die anderen Helden, die dich eigentlich wegknallen, ne, die sozusagen irgendwie anzugreifen. So, also haben sie gesagt, okay, wir reduzieren jetzt die Dauer des Spottens von vier Züge auf drei Züge. Also, der Spott ist nach drei Zügen weg. Ruhig, Alfred. Alle Jude-Brauner. Ne, auch Alfred ist da. Logisch. Ne, so. Und da muss man sagen, ja, ich weiß, ja. So, und da muss man sagen, ähm, es betrifft alle Spotter. Weil alle Spotter haben ja quasi dann diesen, ähm, ja, diesen Alpha-Spott, ja. Und da muss man sagen, ich glaube, das trifft diese Helden hart, muss ich gestehen, ja. Also, ich selber hab ja in Ludwig Alpha gebraikt, ähm, spiele ihn im Angriff und hab ihn auch in der Verteidigung zu stehen. Ja, und auch wenn sich das erstmal nicht so schlimm anhört mit vier Runden auf drei Runden. Ich glaube, warum hackt denn meine Kamera manchmal? Was ist denn los hier? Ist CPU-Auslastung schwierig, ja? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das dolle reinschlägt, ja. Ich glaube, dass es jetzt deutlich einfacher ist, äh, Ludwig auszusitzen, ne. Ja, also zum Beispiel im normalen Krieg ist ja Ludwig langsam, ne. Also Rush ist nochmal eine andere Geschichte, aber im normalen Krieg ist Ludwig langsam. Und ich sage mal, der hat jetzt, ähm, drei Runden. Theoretisch kann ich in den drei Runden rein tanken, wenn ich sehe, dass ich meine Helden an den Start bekomme. Dann ist sein Spott weg und dann knall ich ihn weg, ne. Also drei Runden muss ich schon viele Kaskaden haben, damit er nach drei Zügen komplett geladen ist und seinen normalen Spott über ein Special macht. Meine Meinung, ja. Also ich glaube, was ist denn hier mit der Kamera? Verstehe ich nicht. Alles völlig easy peasy hier. Ja, komisch. Ich glaube, müsst ihr durch mit dem Zitterbild. Ja, der Zitter, ah, Alter. Ja, ich glaube, dass, äh, dementsprechend einige Spotter verschwinden werden aus der Defensive. Das ist meine Meinung, ja. Ich glaube, so ein Forzes, der, äh, sowieso schnell, äh, seinen Spott macht, könnte sein, dass der durchaus bleibt. Ist gut möglich, aber also die langsamen Spotter, ja. Ein Strauchbär mit Alpha Break für Rush vielleicht noch gut. Jetzt im Normalen, boah, ich weiß nicht, ey. Ja, da musst du schon hart reinprügeln, um jetzt deine Gegner innerhalb von drei Zügen, ähm, auszulösen. Von daher, ich glaube, ich glaube, das war Auerweh, ja. Das sind die Reduzierungen. Mehr Reduzierungen gab es nicht, aber ich glaube, die haben schon einschneidend getroffen. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei den Spottern unbedingt notwendig gewesen wäre. Kann ich nicht, äh, hab ich noch keine Meinung zu, weil ich noch nicht jetzt so angegriffen habe, nachdem sie drei haben. Wir alle kennen das, dieses Alpha-Spotten ging einem schon hart auf den Sack teilweise. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt halt recht, äh, überschaubar ist. Ich glaube, man kriegt das jetzt hin, ja. Das haben sie verschlechtert. So. Kann man sehen, wie man möchte. Sie haben aber auch Sachen verbessert. Sie haben zum Beispiel Helden verbessert. Elradir, ja. 255 Schaden auf 285. Und Dauer der Status-Effekt gedöhnts da von drei Runden auf vier Runden. Jeder, der Elradir hat, freut sich logischerweise, ja. Ähm, für manche ist Elradir ein richtiger Knaller, weil sie keine anderen Helden haben. Und, äh, dann ist das eine schöne Verstärkung, obwohl ich glaube, dass das jetzt trotzdem nicht der Überheld ist, ne. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, es ist nicht der Überheld. Aber er wurde halt verbessert. So, Maligner wurde verbessert. Der direkte Schaden ist jetzt auf 290 hochgegangen von 260. Und diese ganzen, ähm, ja, Status-Effekte, die sie so rausknüppelt, ne, ähm, haben sich auch nochmal stark verbessert. Ja, da muss man auch mal wieder schauen, wie sich das so verhält, ja. Ob Maligner jetzt, äh, hey, ruhig. Muss man jetzt mal gucken, äh, ob sich das jetzt extrem auswirkt. Ja, ich glaube, vom Schaden erstmal grundsätzlich nicht, ne. Also überschaubar. So, dann haben wir Glimmer, Glimmer, nicht wundern, ist Mika. Ja, Glimmer ist Mika, der Ninja, der Gelbe, der immer nichts macht außer Schadensteilung, ne. Ähm, der hat jetzt quasi eine Verteidigungsstärkung bekommen, ja. Erste Maligner-Ladung auf 25 Prozent anstatt 20, zweite auf 50 Prozent, ne. Also er ist ein bisschen robuster geworden. Genauso, äh, wie die Mana-Erzeugungs-Buff, den er quasi hat. Ähm, ja, ich glaube, Maligner werden wir trotzdem nicht, ähm, viele in der Defensive sehen oder irgendwas. Hm, nehmen wir mal so hin. Sir Roostly hat 30 Prozent mehr direkten Schaden bekommen. Ja, okay, ja. So, dann haben wir Yang Mai, ja. Yang Mai, ähm, kriegt eine Schadenserhöhung, 280 auf 310 Prozent. Das ist jetzt nicht so doll, ja. Ja, aber sie kriegt zusätzlich, ja, 10 Prozent, oh, jetzt ist mein Handy raus, ja. Warte mal. Ja, geh mal an. Zusätzlich kriegt sie aber, ähm, 10 Prozent Erhöhung für die zusätzlichen Treffer, die sie aussüßt. Yang Mai kann ja theoretisch fünfmal feuern, ja. Fünf zusätzliche Treffer machen. Und, ähm, da hat sie eine 50-Prozent-Chance gehabt und gefühlt hat sie das 15-prozentig getan, ja, dass sie überhaupt mal gefeuert hat. Jetzt sollen es 60 Prozent sein, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird, ob die jetzt wirklich regelmäßiger das macht, weil wer weiß, ja, weil wenn sie fünfmal mit 310 Prozent Schaden trifft, dann ist das schon gar nicht mehr so schlecht, ja. Äh, wer vollhängt mit Helden, ne, für den wird Yang Mai keine Alternative werden. Ich selber habe ja mal den Fehler gemacht und habe Yang Mai gebraked sogar, ja. Von daher gucke ich mir das jetzt logischerweise ganz genau an, wie die Alte jetzt so losfuchtelt, weil, könnte ja sein, dass das jetzt auf einmal ein richtiger kleiner Gamechanger ist. Ich glaube, ich muss in diesem Spiel einfach noch weitere zwei, drei Jahre spielen, dann ist Yang Mai irgendwann so ein richtiger Brecher, ja. Und dann werden alle mich beneiden, dass ich die Alte gebraked hab. Gehe ich von aus, ja. So, und dann haben wir auch noch Yunnan und für Yunnan habe ich ein, ähm, ein weiteres Bild, ne. Da, ja. Yunnan wurde auch verbessert und auch das Kostüm von Yunnan, äh, macht jetzt anstatt 161 Prozent Schaden auf alle, äh, 200 Prozent Schaden. Das ist ganz okay, ne. Er ist trotzdem langsam. Der Sandschaden wurde ein bisschen erhöht, ja, Heilungsreduzierung wurde um eine Runde erhöht. Also, ich glaube, dass Yunnan weiterhin nicht so cool ist, ja. Also, sie haben ihn zwar verbessert, auch das Kostüm verbessert mit 215 Prozent Schaden und den Sandschaden erhöht, aber, ah, Mann. Ja, wenn du nichts anderes hast, ist es schön, aber, ah, ah, nee. Ich glaube, Yunnan wird weiterhin kein nicht cool sein. Ich glaube, der bleibt weiterhin nicht cool. Ja, ist meine Meinung, dass der nicht cool bleibt. Aber, dann haben sie sich einfallen lassen, hey, wir müssen bei Valhalla und sowas was tun. Die Leute beschwören nicht mehr. Also haben sie das hier gemacht. So, jetzt muss ich mal einmal kurz das verschieben. Geht das? Valhalla, hier. Du musst das mal einmal verschieben. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich bitte nicht stören nicht angemacht habe. Und wenn ich bitte nicht stören nicht anmache, könnte das sein, dass ihr Namen von Menschen seht, die mir schreiben. Das will ich natürlich nicht. Ist ja logisch. Also lassen wir ihn jetzt mal darum kräutern. So. Sie haben sich überlegt, hey, wir verbessern den Kostümbonus. Okay. Tippi-toppi, das machen wir. Ja, was haben sie gemacht? Und jetzt kommt's. Alle Valhalla-Reiche. Kostümbonus, Valhalla. Alt, 7 Prozent Angriff, hoch auf 16. Ui. 7 Prozent Verteidigung, hoch auf 16. Doppelt hui. 13 Prozent Gesundheit, hoch auf 28. Hui. Nur die Manaerzeugung haben sie gelassen. Zum Glück, sonst hätten wir wieder neu rechnen müssen. Ja. Ähm. Also auch gerade so der Lebensbonus. Ja. 13 Prozent auf 28. Wow. Das hört sich schon gewaltig an, muss ich sagen. Ja. Das hört sich schon gewaltig an. Unterwildnis. Acht Prozent Angriff, hoch auf 13. Ja. Da haben sie es nicht ganz so wild gemacht. Logischerweise, weil die Unterwildnishelden sind ja noch gar nicht so alt. Und die haben schon Kostüme bekommen. Allerdings hat schon keiner verstanden. Jetzt haben sie aber gemerkt, die Kostüme sind so kacke, weil die einfach gar nicht anders sind. Ja. Also gefühlt wie die anderen normalen Helden. Ja. Bis auf, dass sie statistische Werte erhöhen. Ähm. Haben sich gesagt, Mensch, das ist cool. Anstatt mal neue Specials bauen, weil das wäre ja scheiße. Machen wir einfach die Werte noch ein bisschen hoch, ne? So. Äh. Acht Prozent Verteidigung, hoch auf 13. Und, äh. Zwölf Prozent Gesundheit, hoch auf 24. Das sind schon krasse Sprünge, ne? Wir werden uns gleich noch Bilder angucken, ähm. Um mal zu sehen, wie sich das so auswirkt. Also schon fett. Und bei den Challenge-Events, Festivals, also alle diese Piraten, Wächter, Wunderland, Grimmforrest, Avalon, diese ganzen Helden kriegen alle einen Kostümbonus on top mit drauf. Also jetzt nicht ein Extra, sondern eine Erhöhung. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja. So. Acht Prozent Angriff, hoch auf 17. Ja. Acht Prozent Verteidigung, hoch auf 17. Zwölf Prozent Gesundheit, hoch auf 17. 30. Ui. Ja. Sag ich dazu nur. Ui. Ähm. Ja. Äh. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Und ich dachte mir, Mensch, okay, gucken wir doch mal, wie sich das so auswirkt. Und hab mal ein bisschen was zusammengetragen. Pass mal auf. Ja, ich hab gestern auf der Schnelle noch alle eine Spur geschickt. Sie müssen mir Bilder schicken. Ich hab nicht alle genommen, aber ein paar habe ich auf jeden Fall genommen. Ich find zum Beispiel, wir müssen uns mal angucken, den Panther. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch zurück, das ist der Panther im Kostüm. Der wurde ja damals geschwächt, weil er zu stark war. Ne? Macht ja Sinn. So. Das war der Panther. Ich weiß auch nicht, welchen Wappenweg. Also nicht abstressen wegen Wappenweg. Ja? Ich weiß jetzt noch nicht, äh, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls so sah der Panther bei demjenigen, der mir den geschickt hat, aus. Ja? 974 Gesamtstärke, 983 Angriff, 825 Schild und 1775 Leben. Auf dem Schild war er schon immer ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Der Wächter Panther. So. Jetzt gibt's Wächter Panther neu. Nach dem Update heute. Rums. Ja? Also der hat jetzt erstmal 1058 Stärke insgesamt. Nun ist die Gesamtstärke erstmal nicht so entscheidend, ne? Aber er hat fast 100 mehr Angriff. Offen. Ja? Das macht über die Prozente schon was aus, ne? Er hat 897 Schild, da ist er also immer noch schwach auf der Brust, aber immerhin hat er ein bisschen was abbekommen. Aber er hat einfach mal anstatt 1775 Leben 2026. Entschuldige mal bitte. Das ist ein Heimdall vom Leben her gewesen. Und Heimdall war immer so das Monster oder Hawke Hall, ja? Der Kackbaum, ne? Ich bin Grooge, ja? Schon crazy, muss ich mal sagen. Ja? Schon crazy. So. Dann hab ich mir mal so ne alte Geffion rausgenommen im Kostüm, ja? Jans alter Held. Geffion. Im Kostüm. Spielt ja keiner, ja? Nur jans viele, ne? So, 982 Angriff, 988 Schild, 1677 Leben. 998 Stärke, cooler Held. Schönen Angriff, schönes Schild auf jeden Fall. Bisschen schwach im Lebensbereich. Aber, wir erinnern uns zurück, Leben wurde ja deutlich erhöht. Ja? Dementsprechend, looki, looki. Geffion, Kostüm, 1058 Angriff, 1065 Schild und 1890 Leben. Also, die profitieren schon heftig davon, muss man sagen, ja? Weil ich find das schon, also das wirst du merken, ne? Die kann schlicht und ergreifend, und das ist ja immer so ein bisschen das Entscheidende, die kann natürlich jetzt den ein oder anderen Stein mehr fressen, bis du die wegbekommst, ne? Ja, cool. So, dann hab ich mir gedacht, okay, guck mal bei den Heilern, weil die ja wegen Leben und sowas, ne? Ich hab hier ne Herren ohne Limit Break. Ja, ohne Limit Break hat die 842 Angriff, 933 Leben und 1609, äh, 933 Schild und 1609 Leben. So, und ja, ich hab jetzt da eine, die wiederum gebraked ist, das hab ich irgendwie verrissen in dem Video, ist aber auch nicht so schlimm, ja? Ähm, ist jetzt vom Vergleich her halt nicht so cool, aber guck dir mal die Werte an, ja? 1099 Schild und 1979 Leben für die Herren am See und 1000 Angriff. Das ist schon cool, und wir dürfen ja immer nicht vergessen, die kriegt ja auch noch Minions obendrauf, die sich wiederum anhand der Lebenspunkte berechnen, ne? Ja, also auch sie profitiert deftig davon, muss man sagen, ja? Im Angriffswert ist sicherlich für den Heiler jetzt nicht so interessant. Ich weiß auch nicht, wie der geskillt ist auf dem Talentrasterweg. Keine Ahnung, ja? Ähm, kann auch sein, dass da das erste ursprüngliche, äh, der ursprüngliche Held, äh, auf Leben geskillt wurde und hier jetzt dadurch Angriff ist. Ich weiß es nicht, ja? Aber schon krass. Dann hab ich ja selber einen Helden. Ich hab ja wenig Kostüme, weil ich wenig beschworen habe, seit es Kostüme gibt. Aber ich hab den Wächter-Gorilla, ja? Ich spiel den ja auch gern. Ich find den toll, ja? Der hat 1000 Angriff, also sprich, der macht auch Bumm, ja? Der hat 795 Schild, das ist halt scheiße, weil er fällt halt schnell um und der hat 1779 Leben. So. Und der Neue, den ich jetzt habe, hat 1088 Angriff, das hält sich also in Grenzen. 861 Schild, das tut ihm gut. Aber jetzt kommst, 2036 Leben. Das ist wieder ein Heimdall im Lebenbereich. Mega. Find ich gut, ja? Find ich gut, freut mich natürlich. Was machen die am Ende? Die wollen jetzt natürlich, ja, also es hat kein, gefühlt keinen Sinn gemacht, die Kostüme zu beschwören, weil selbst mit dem Kostüm die Helden noch von den statistischen Werten zu scheiße waren, ja? Deswegen haben sie das quasi hochgeschraubt. Ähm, das ist, äh, schon krass, muss man sagen, ja? Ich hab zum Beispiel auch hier ein Siff-Kostüm in Neue. Ich hab jetzt nicht den Vergleich vom Alten, aber ich glaube, gerade so diese ganze Lebens, äh, Hochsetzerei und alles, ja, sind gerade für die defensiven Helden Gold wert, ne? Weil jetzt hat die Alte über 2000 Leben. Oh. Ah, schon, ne? Ja, wenn die ihren Scheiß da anmacht und mit ihrer Schadensreduzierung, dann darfst du dich aber strecken. Ja, dann darfst du dich strecken. So. Äh, und dann hab ich zum Beispiel auch noch, das find ich auch mega, dass man mal so ein leichtes Gefühl bekommt, was das jetzt ausgelöst hat, ja? Ein Heimdall-Kostüm gebraked im alten Zustand. Ja, 1002 Stärke insgesamt, ja? Äh, 1108 Schild, 1882 Leben. Ich glaube, der normale Heimdall hatte mehr Leben gehabt, ja? So, aber jetzt das Kostüm in Neue, ja, und jetzt sagt man sich, Mensch, ist ja gar nicht groß anders, 1115 Schild und 1969 Leben. Ja, ja, Achtung, hingucken. Nein, der ist ungebraked. Ja, der ist ungebraked. Das heißt, der ungebrakte Heimdall ist jetzt, nach dem Update, stärker, äh, zeigt eine Titanenbeute bekommen. Bekomme ich da wenigstens was Cooles, dass ich das zeigen kann? Hallo, hallo? Nee, nix Cooles bekommen. Na gut, dann nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der ungebrakte Heimdall jetzt stärker ist, als damals der gebrakte Heimdall. Ja, ja, und das ist schon ein ganz schöner Sprung, finde ich, ja? Das finde ich. Also, hm, no. Und jetzt ist immer die große Frage, wie finde ich denn das, ja? Vor allem interessiert mich natürlich auch, wie findet ihr denn das, ja? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich persönlich bin der Meinung, Jove, runter, ja, macht Sinn, ja. Spott auf drei Runden wird die Spotter jetzt extrem unattraktiver machen. Glaube ich, bin ich überzeugt von, dass die jetzt immer mehr verschwinden werden, wer Alternativen hat. Ähm, diese einzelnen Heldenverbesserungen, ja, schön, dass sie das gemacht haben, ja, weil, macht vielleicht Sinn, ne? Und, ähm, diese Kostümbonuserhöhung finde ich eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, ich habe nicht viele Kostüme, also ich profitiere jetzt auch nicht riesig davon, finde ich eigentlich richtig, weil die Helden waren zu schwach gewesen, trotz Kostümbonus, ne? Die neuen Helden sind so stark, die rauskommen, dass das einfach, das weiß ich nicht, dass du über den Kostümbonus, über die statistischen Werte dich gar nicht mehr gefreut hast, ne? Die sind trotzdem einfach umgefallen, wenn die angeschossen wurden von Jove zum Beispiel, ne? Von daher glaube ich, dass das dem Spiel insgesamt ganz gut tut. Und ich bin dem erstmal optimistisch gegenübergestellt. Ich glaube, dass das durchaus den einen oder anderen Helden wieder attraktiver macht zum Spielen, ja? Und das finde ich persönlich ja immer ganz gut, dass man Helden, die man irgendwann mal beschworen hat, und ich sag mal jetzt vielleicht nicht mehr regelmäßig einsetzt, weil sie zu oldschool sind, jetzt sie wieder ein Stück weit eine Daseinsberechtigung bekommen. Ja, für alle die, die natürlich immer die aktuellsten, tollsten Helden haben wollen, ist das natürlich scheiße, weil die jetzt einfach wieder näher herangerückt sind, logischerweise, ja? Aber ich stehe dem positiv gegenüber, muss ich tatsächlich sagen. Und von daher ändern können wir es sowieso nicht. Ja, diesmal haben sie auch nicht in die Runde gefragt, sie haben es einfach gemacht. Und ich habe gehört, dass die einen oder anderen viel Prämie dafür bekommen haben, ne? Also einen kompletten Zurücksetz-Button für alles, also sprich, dass du Ringe wiederbekommen würdest, ETA, Alpha Break, das volle Programm, ne? Kristalläther haben sie bekommen, Trainerhelden und, und, und. Also die wurden richtig zugeschissen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch zugeschissen wurdet. Wir haben die Vermutung, weil wir so ein bisschen geguckt haben, in beiden Allianzen, wer hat was gekriegt, dass nur diejenigen was bekommen haben, die Jove hatten, ja? Weil ich zum Beispiel mit einem Alpha gebrakten Ludwig habe nichts bekommen, ja? Und die, die Jove hatten, haben bei uns was bekommen im Postfach, ja? Und zwar Massivbeute, muss ich tatsächlich sagen, ja? Also als Geschenk. Von daher würde mich mal interessieren, ob ihr auch was bekommen habt oder ob ihr nichts bekommen habt, beziehungsweise ob ihr was bekommen habt, obwohl ihr keinen Jove hattet, der verschlechtert wurde. Das würde mich interessieren. Ja, das ist meine Meinung gewesen zu diesem wahnsinnigen, wie Kai aus der Kiste Balance-Update. Und ich würde sagen, tippitoppi. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und ich bin auf eure Meinungen gespannt, ja? Also von daher, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.